Bist du am Start? Millimeter. Millimeter. Ich bin bei A1. Jetzt. Dito. Oder A2. Ne, A1 müsste das sein. So, 1, 0. Risiko. Darkwing Duck. So, ein Vogel kommt sofort geflogen. Großartig ist er. Hättest du halt pfiffen? Hättest du schon was? Du weißt gar nicht, dass du nicht. F? Achso. F wie Pfeifen. F wie Pfeifen, ja. Oder Flöten. Darmflöten. F wie Darmflöten. Sehr schön, sehr schön. Was ist das jetzt hier? Fabrik, ne? Ja. Haben wir ja sagt, genau. Okay. Eine Fabrik namens Felix. Was ist? Oh, oh. So, so habe ich gesagt. Ja. Ich bin mal kurz tot von links hinter dir. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Warum nicht? Weiß nicht, weil das Drecksfahrrad mich nicht weglässt. Absteigen? Ja. Das wochen. Kasper. Anton, wo war das jetzt? Links hinter dir. Also so schräg links irgendwie. Ich würde mal schräg um die, ja, 60 Grad oder so. Ah, schade. Ich habe mich ganz erwischt. Schade. Scheißneifer. Ich hätte mir ja die Waffe wieder mitnehmen sollen. Aber er ist tot auf jeden Fall. Ja? Gut. Zumindest liegt hier ein toter Körper. Eine tote Leiche. Eine tote Leiche. Ja. Tote Leichen sind meistens tot. Tote Leichen. Sehr gut. So will ich meine Leichen auch haben. Oh ja. Leichen müssen tot sein, sonst wären sie keine fünf dicken Leichen. Jetzt schießt hinter mir schon wieder einer. Dann kannst du mal in Deckung gehen. Aber von wo? Alter, da sind ein paar mehr. Du, leck mich einmal ein. Wo denn? Oh, hier. Siehst du? Ja. Warst du gerade in dem Kübelwagen gesessen? Ja. Sehr schön. Bin gerade raus. Als Schütze oder als Mitfahrer? Mitfahrer nur. Mitfahrer nur. Okay, weil der Schütze hat, glaube ich, einen mitgenommen. Was ich noch so gesehen habe. Naja, nee, ich weiß nicht. Ich habe nur so ein bisschen. Aber jetzt weiß ich ungefähr, wo sie sich auffallen. Dann werde ich jetzt gleich mal hinradeln. Ach, da mal. Na komm, du Rehnudel, komm her. Warum nennt sich jemand Rehnudel? Man weiß es nicht. Welche Landessprache könnte das denn sein? Rehnudel? Rehnudel? Mhm. Keine Ahnung. Es sind bei dir jetzt alle erledigt schon, oder sind da noch welche? Nö, sieht eigentlich ganz gut aus da am Hügel. Gut, dann fahre ich mal Richtung A2. Ja, sag mal. Den Amerika gerade erobert hast, was ich nicht dulden werde. Nee, das war gut so. Dann nehmen wir uns mal schleunigst zurück hier. Alter. Was denn? Kommt der denn mal wieder her? Kann doch nicht wahr sein, dass du siehst. Ah, verdammt. Na, kreut sich auch einer genauso wie du mich. Ja, ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Und ich muss warten, dass ein Teammitglied fällt. Ach, der Dusselierpanzer bleibt nicht. Und wir haben A2 zurückerobert. Sehr gut. Ich darf wieder spawnen, aber warum kann ich nicht bei A2-Bereich im Konflikt? Mach den mal klar. Na, ich renne, ich renne, ich renne. Naja, bist du da nun da rennst? Ja, nee, das dauert noch. Ich schaue da eigentlich meine Statistik gerade aus. Oh, null Kills, dreimal gekillt. Gut. Ich bin erst zweimal gestorben. Ich habe mich jetzt gerade fast vom Panzer überfahren lassen. Das ist doch nicht wahr. Oh, doch. Oh, Mann, blöde Sniper. Was, schon wieder? Wo? Ja, wie gesagt, blöde Karte für meine Waffe. Aber ich komme hier nicht weit. Ja, ja, aber wo war der Sniper? Äh, wenn du von A1 nach A2 fährst, äh, rechts oben auf dem Hügel, da wo es mal auf die 38 sitzt. Da noch ein bisschen weiter im Hügel drin. Da hinten, okay. Ja, ich gehe jetzt mal in den Bahnhof hier, glaube ich, ist das ja. Gehe ich mal rein. Oh, jo. Hier explodiert es mächtig gerade. Ach, das kann doch nicht sein. Warum hat er jetzt nicht geschossen hier? Ihr habt doch mehrmals Maustaste geklickt. Man, wir liegen zwar noch in Führung, aber es ist trotzdem. Das ist doch kein Zustand hier, wa? Nee, du, das ist aber nicht schön. Nee, das ist überhaupt nicht schön hier, wa? Nix. Geht ja nischt, geht ja nischt. So geht das nicht. Ja, ich habe jetzt mal eine Panzerfaust zum Start. Die Tobe. Und ich renne jetzt mal auf den Gleisen runter. Dass man mich auch unbedingt zieht. Ah, da drüben bist du. Dann komme ich doch gleich mal zu dir. Oh, auch eine Panzerfaust mit, ne? Das ist einfach. Vulnerable Ottoman Empire heißt der eine hier. Cool. Und da vorne ist mächtig Feind in Sicht. Ich bin gerade an dir vorbeigerannt. BTW. Ist okay. Jo. Ähm... Oh, hat er oben auf dem Hügel rennt schon wieder einer rum? Wo? 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 Oben rechts. Ja, ja, ja. Siehst du den? Ja. Der kriegt, glaube ich, eine Granate aufgeschmissen. Ich glaube, er ist tot. Kann das sein? Wahrscheinlich. Also hoffe ich. Ich renne mal hoch und finde es raus. Gut. Ja, ist auch. Sehr schön. Und ich habe blöderweise... Ah, von rechts scheiße. Und ich habe blöderweise die Panzerfaust weggeschmissen. Naja, kann ja mal vorkommen, wach? Kann ja. Ja. Vielleicht findet sich eine neue, weil ich weiß jetzt, wo die Kiste ist. Hehehe. Sehr gut. Ich habe das blöde Ding auch noch verfehlt, in dem Panzer. Schade, lebst du noch? Ja. Ne. Ich lebe jetzt gleich wieder. Sharknado 3 hatte ich gekillt, geil. Ha, ha, ha. Blöder Nado. Ja, kennst du Sharknado? Äh, nicht gesehen, aber ja. Ha, ha, ha. Das ist genauso geil wie Sharktopus. Ha, ha. Ähm, ja. Ich sag mal ja. Ha, ha, ha. Ist doch mein Verdammt. Jetzt. Verflucht. Na, wir haben uns gegenseitig getötet. Ha, ha, ha. Mathilda und... Mathilda wurde von mir getötet und ich habe Mathilda getötet. Schade aber auch. Irgendwie. Ja, irgendwie, eigentlich, nee. Stehen bleiben. Ich will aufsitzen. Dann geht's halt nicht. Dann will ich mir auf jeden Fall eine Ponzi-France schnappen. Also irgendwie kommen wir gerade über den einen Punkt hier nicht drüber hinaus, ne? Nee. Alter, was ich für klobige Hände hab. Vorsicht, da direkt vor dir hat ein Panzer, der ist nicht von uns gewesen. Ja, nee. Nee, er fährt noch. Er fährt noch, ja. Und wenn ich mich nicht beeil, dann sieht er mich auch noch am Ende. Das ist halt blöd, dass man nur einen Schuss für die Panzerfaust hat. Ja. Weil der reicht halt nicht. Zum Wohl. Aber ich glaube, jetzt hat er es sich erledigt. Das hat er es hinter sich. Ja. Boah, das gibt's doch nicht, ey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ach, fuck. Auch hinüber? Ja. Na, komm, komm. Sheet-Kram. Ja, das Sheet-Kram, ganz schön. No. Sag ich dir. Komm. Jetzt haben die den Bahnsteig wieder erobert. Hm. Wo zum Teufel schießen die? Da direkt voraus in dem Geroll hüpft einer rum. Scheiße, jetzt soll ich wieder Waffe gewechselt, wollte ich eigentlich nicht, aber okay. So, ich gehe in den Bahnhof rein. Wo-ha-ha-ha-ha. Erwischt. Yeah. Guter Panzer. Also, war's mal. Okay, vor meinen Augen wurde jetzt einer erschossen. Ich habe leider keine Ahnung von wo. Hm. Ah, von da oben. Oben? Mhm. Oben ist nicht gut. Nein. Oh, da ist auch noch. Ah, fuck. Links von dir, unten. Ja. Ich habe es gemerkt. Aber den einen Penner habe ich wenigstens verwundert. Das ist ja auch nochmal was. Mhm. Gerade schaut es auch gar nicht mal so gut aus für uns, habe ich so das Gefühl. Wie so richtig. Nee. Vor allem die vielen Einschläge bei uns. Na ja, der Base finde ich unschön. Was hat sich der die scheiß Ding schnappt? Na komm. Ja, das ist, ähm. Hast du die Panzerfaust rein zufällig? Ich habe eine Panzerfaust mit, ja. Dann warst du, oder bist du Hosenscheißer? Wat? Der immer die ganze Zeit mich weggerämpelt hat und die Panzerfaust wegschnappt hat, bevor ich sie schnappen konnte. Ja. 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 Ja, nö. War nur so eine Frage. Ist ja kein Ding. Was sagt der Puh? Aber da hinten kommt ein Panzer. Na, irgendwie dreht sich hier alles um genau diese zwei Punkte kann das sein. Ja. Ich gehe mal auf den Hoodie hier hoch. Ich habe einen Panzerfaust. Ich habe einen erledigt. Ich habe einen erledigt. Gut. Ich habe einen erledigt. Gut. Oder was? Sagen wir mal. Der wird gleich bestimmt nochmal angerannt kommen. Nein. Der hat mich getötet. Aber es war Mr. Aber es war Mr. Grey X. Und nicht der C-Ziel oder wie er hieß. Gut. Ich habe die Panzerung zumindest schon mal angekratzt von dem scheiß Ding. Sehr gut. Allerdings mit dem einen Schuss komme ich damit auch nicht weiter. Das hält nicht so. Wo ist er denn der Panzer? Weil ich habe nämlich auch wieder eine Panzerfaust. Ähm. Da wo du gestanden hast relativ. Ja, rechts von dem Fabrikgebäude sag ich mal. Okay. Ja, dann bewege ich mich einfach mal in diese Richtung. Okay. Oh, wir erobern gerade ein A3, kann das sein? Möglich. A2 halten wir auf jeden Fall recht sicher. Ich wurde von hinten getötet. Fuck. Das ist nicht nett. Nein. Aber wir können, ich kann bei A2 trotzdem nichts spawnen. Jetzt kann ich. Jetzt kann ich wieder nicht. Da ist gerade, da ist gerade einer drin von den Spastis. Ja, dann warte ich mal noch kurz, weil das würde echt einiges am Weg erleichtern. Ja. Jetzt geht's. Sehr schön. Oh. Ist da irgendwo nach der Hilfe-Kid? Wahrscheinlich nicht, ne? Ist immer da, wo man es nicht braucht. Nämlich meistens da, wo man gespawnt ist. Bin nämlich irgendwie so gut wie Halbsport. Das ist schlecht. Ja. Ich renne jetzt mal mit den anderen zu A3. Nein, tue ich nicht. Nee, ich auch nicht. Aber ich kann schon wieder nicht mehr bei A2. Ich weiß nur noch. Das ist lästig. Ja, dann halt auch. Ähm, dass man auch immer so weit hinten auch einmal hinter dem Haus. Und jetzt. So, ich habe geschoppt die Bahn so farst. So, dann fahr mit. Danke. Ja, da ist der Asi-Kid dabei. Toll. Na, super. Gucken, ob sie auf den schießen. Bleiben wir nicht. Ups. Alter. Was machst du? Ich steige ab. Hier komme ich nicht raus, oder? Verdammt. Ich steige ab. Na, ja, der Zubli. Ah, ja, ja. Der Zubli. Ah, ja, ja. Der Leer dran, aber ich kriege ihn nicht, ich kriege ihn nicht. Ich kriege ihn nicht. Verdammt. Scheiße. 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 Da lädt natürlich meiner genau in dem Moment nach, wo der nachgeladen hat, er ist so eine Scheiße. Gut, Abfahrt. Sag doch, wir gewinnen sich ja nicht von alleine. Aber echt, es verliert sich gerade er von alleine. Ja. Scheiß Panzer, der ist auch noch nicht da. Hopp, Holz, nein. Ich steige hier ab. Ja, me too. Oh, das war ein cooler Stunt. Ich bin ausgestiegen und auf die Treppe gerutscht und nach oben gerannt. Schönes Ding. Jetzt hat mich schon wieder die Mathilda mit einem Kopfschuss erledigt. Nein, 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 nein! bist du an der base grad schnappte die panzer faust und geh nach rechts nach rechts scharf nach rechts also 90 grad rechts ja da kommt ein panzer hochgefahren der fährt einen wald hinten des system noch nicht sie unseren panzer der feindliche panzer fährt rückwärts meinst du unsere unsere ja toll an das nicht durchschlagen also ist nur halb durchschlagen bringen die panzer faust noch mal mit und macht den selben scheiß auch noch mal bin dabei gut direkt hinter mir war er gerade er kommt in der tiger er fährt auf mich zu verfehlt scheiße ich eile ich auch nicht wirklich mit röder wird er kommt nicht wieder na wo ist er aber er hat sogar nicht mehr ich weiß nicht wohin ist ich bin hab die beine in die hand genommen und ich bin einfach nur gerammt sonnig von hinten kommt auch noch irgendwas habe ich gerade auch was gehittert jetzt was denn da los jetzt ist hier irgendwo erste hilfe nehmen glaube nein schade ich bin nämlich schon immer lang am leben aber jetzt sind die vertreten nicht ich glaube nicht also ich habe danach noch mal drauf geschossen und er ist weitergefahren wo sie denn dann hin in die richtung weg und der panzer ist ja auch noch irgendwo eigentlich was ist da los ich sehe keinen panzer mehr doch da vorne fährt er ja richtung a3 im endeffekt das fährt er im wald im berg hoch äh ja ich brauche noch mal wieder nicht getroffen Mist aber er ist explodiert sehr gut aber das war glaube ich nicht ich glaube ich auch das war der Sharknado ne Sharknado ist gestorben ach keine Ahnung ich bin jetzt unterwegs richtung a2 wieder gut gut und da bin ich auch wieder tot von dem hügel aus rechts 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 bist du auch verstehe da stehe ich gerade mit meiner Blinte super hat mich umgenutzt Snarf 38 Snarf Snarf Ja ich weiß ich habe nicht rechts links rechts geschaut links rechts links meine ich als ich die Straße überqueren wollte und bin ihm praktisch vor das Auto gelaufen war interessant glaube ich dir Oh ich kann bei A2 spawnen schnell 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 bevor es wieder weg ist bitte 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 ja bin da wo bist du ich bin schon bei A2 und ich werde gleich umgenutzt wo hier ist erste Hilfe bei A2 übrigens rauchen Panzer verdammt noch Panzerabwehr verdammt nochmal mhm da schießt schon wieder jemand ja die Frage ist von wo hügel schätze ich mhm oh shit ah ne hinten aus der Fabrik ja super ich bin mal den den Sniper hier hoch ah ich bin schwer verletzt ähm ähm ok was zum Hacker was dann oh das ist fies haha verdammt ich bin tot oh nein muss ich das denn immer sein die Entschärfung wen willst du entschärfen die Granaten die hier drängen fallen die hier rum rumstehen also tatsächlich was soll denn das der scheiße hier wenn man reintritt ist es explodieren sie wahrscheinlich oder ja ja man kann sie entschärfen indem man drauf schießt so ach cool das muss ich mal probieren dann wenn es da noch welche gibt äh zwei habe ich schon mal entfernt jetzt äh ich bin gerade ein bisschen ratlos was soll ich tun was soll ich tun hat er hier gesagt wach ähm da ist ein Panzer finde ich nicht witzig ja ich glaube ist das das sind zwei Panzer glaube ich sogar da vorne links die Rehnudel ist zumindest im einen Gebäude da vorne dieser scheiß Panzer man man ey mh okay das ist ein Freund da hinten rennt ein Freund ich renne jetzt einfach mal übers freie Feld und werde von hinten niedergenatzt ey das ist unglaublich da rennst du die ganze Zeit über den Sniper Hill und nichts niemand ist da und dann rennst du runter und dann steht er plötzlich hinter dir wie machen die das sag mal es sind doch Hacker hier Holzhacker Spiele Hacker mindestens wenn nicht mehr oh scheiße da ist Panzer 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 der wird mir gleich den Arsch aufreißen ich bin so gut wie tot ich bräuchte nur noch ein kleines Schrapnell wahrscheinlich könntest du mich grad schon mit einem Stock umnatzen jo da hat ein Stock völlig ausgereicht das schöne ist der Typ hat seine Munition komplett verschwendet sehr gut jetzt renne ich jetzt hier wieder raus ja ich renne hier wieder raus und dann bin ich tot fuck dann muss ich die Strategie ändern eindeutig verliehen wir hier grad den Punkt schon wieder kann das sein die können doch auch echt nix ey ach gibt's doch nicht ich muss du bist auch tot also der Dreckspanzer aus den Arsch einfach auch vom hinten einfach nicht mit einem Schuss weg ich bringe jetzt auch mal wieder eine mit weil so jeder hat ja auch nisch ne Mist die Kack Mist die Kack aber wenigstens dauert das Spiel hier mal schön lang okay ist der Panzer immer noch vor dem Bahnsteig ne der fährt grad hier auf dem Hügel oben rum wundert sich dass ich nicht mehr da bin wo ich mal war du bist aber auch ein schlimmer aber hallo schlimmer Finger du aber jetzt fährt er doch da vorne ich höre jetzt fährt er wieder runter ja hä wo fährt er runter oh ähm also auf der Karte also bei mir ist er grad vor dem Bahnhof Bahnsteig ist er ja oben hinten in den Hügel meine Lieber du bist ja noch ganz weit weg mein Juts da ja aber bei mir ist grad vor dem Bahnsteig einer explodiert deswegen meine ich achso ja ne mit dem hab ich nix okay wollte ich ja nur mal nachfragen weißt du was mir grad so auffällt wenn man sprintet und diese Sprintenergie aufgebraucht ist dann kann man auch nicht springen oh das ist ja interessant ja das ist ziemlich äh ärgerlich wenn es dir da plötzlich springen musst aber nicht mehr springen kannst das stimmt na Gott sei Dank ist das Spiel gleich vorbei naja schauen wir mal das geht die ganze Zeit schon auf und ab hehehe Mathilda und ich haben uns wieder mal gegenseitig getötet ja herrlich supergeil das ist schon das zweite Mal in dem Spiel sie hat mir einen Kopfschuss verpasst und ich habe mir mal die Sorge die äh Panzerfaust ins Gesicht gerammt von hinten schießen hier bei uns am der Base welche ja irgendwie schon das ist aber auch nicht woher ja ich sehe niemanden leider das auch nicht die doch da hinten oben ist er der Hund scheiß abgefuckten Sniper hey gib mir mal eine Panzer oh äh haben wir verloren das ist mir natürlich einen Standchen wert nein das ist nett ja Bis zum nächsten Mal.